Nummer 1 ist das Fußmassagegerät von Mountrax, das mir zum Testen zur Verfügung gestellt wurde. Im Prinzip ist es ein Gerät, von dem du nicht weißt, dass du es brauchst, bis du das erste Mal deine Füße reingesteckt hast. Es imitiert eine Shiatsu-Massage, bei der spezielle Druckpunkte auf den Füßen massiert werden, um Schmerzen und Spannungen zu lindern. Sie basiert auf der traditionellen japanischen Shiatsu-Technik, die den Energiefluss im Körper verbessern soll. Auf Deutsch bedeutet das Wort Shiatsu Fingerdruck. Kommen wir zum Test. Erstmal brauchst du eine Steckdose in der Nähe. Das Kabel ist mit 1,70 Meter ausreichend lang, doch ich habe noch ein Verlängerungskabel dran, um es zum Beispiel auch auf dem Balkon nutzen zu können. Es ist bis zu einer Schuhgröße von 47 geeignet. Das Gerät startet immer auf niedriger Intensität, durchläuft verschiedene Massagephasen und wiederholt diese immer wieder. Dabei sind standardmäßig 15 Minuten eingestellt, per Knopfdruck auf Time kannst du es auf 30 Minuten erhöhen. Einstellen in drei Stufen kannst du zum einen die Geschwindigkeit über die Kneeling-Funktion und zum anderen die Intensität über die Air Compression-Taste. Hier werden über die höheren Stufen die Luftpolster stärker aufgeblasen und dein Fuß wird fester in die Massagebolzen gedrückt. Es gibt eine Hitze-Funktion, die angenehm warm und nicht zu heiß wird. Da es mittlerweile wieder wärmer ist, stelle ich sie immer direkt aus, aber im Winter ist sie sicher sehr nützlich gegen kalte Füße. Die mittlere Stufe ist bei meiner Fußgröße 43-44 schon angenehm stark. Die dritte Stufe ist sehr stark und besonders gut nach harten Tagen geeignet. Mein Favorit ist Luftdruck und Geschwindigkeit auf der Stufe Mittel. Gerade als ich diesen Testbericht schreibe, habe ich meine Füße in dem Gerät. Es passt super unter den Schreibtisch und ist dabei zwar hörbar, aber trotzdem angenehm leise und kann sogar meditativ wirken. Nachdem ich es ein paar Tage getestet habe, wähle ich aber auch gerne mal die höchste Stufe, da ich das Gefühl habe, dass meine Füße trainierter sind. Ansonsten solltest du dich beim Verwenden nicht hinstellen, da sonst die Massagebolzen beschädigt werden können. Die Anleitung ist auf Deutsch und leicht verständlich. Wenn du das Gerät ausschaltest, wird sofort die Luft herausgelassen und du kannst deine Füße befreien. Schade ist, dass man die Phasen nicht selbst einstellen kann. Die Vorderfußmassage gefällt meiner Freundin und mir besonders gut und sie ist für uns immer das Highlight während der Massage. Wenn wir könnten, würden wir diese schön lange laufen lassen. Ansonsten ist mir nach einer Woche nichts Negatives aufgefallen. Das Produkt ist momentan auf Amazon schon reduziert und ich habe einen 20% Gutschein für dich als Zuschauer bekommen, den du auch auf reduzierte Ware anwenden kannst. Wenn du den Code an der Kasse eingibst, wird der Rabatt abgezogen und du bekommst es zu einem sehr guten Preis. Insgesamt nutze ich das Fußmassagegerät tatsächlich täglich und man freut sich auch richtig nach getaner Arbeit darauf. Ich hätte es mir so nie gekauft, aber jetzt wo ich es habe, will ich es auch nicht mehr hergeben. Meine Freundin übrigens genauso wenig. Wenn du Fragen zu dem Gerät hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare und ich werde sie so schnell wie möglich beantworten.